Ihr sicherlich wisst, sind wir gerade in Berlin unterwegs. Und ich war mit meinen Mädels auf dem Weg zum KDW, weil wir da noch nie waren und es unbedingt mal abchecken wollten. Es war erstmal super kompliziert, da überhaupt hinzukommen. Wir sind durch so ein komisches Packhaus gelaufen. Da mussten wir ewig lange warten, bis der Aufzug runterkam. Und als wir dann drin waren, war es irgendwie überhaupt nicht geil. Wir haben es uns ganz anders vorgestellt. Nächste Station war dann auch schon DM, weil da findet man immer irgendwas. Das war mein Einkaufskopf vorher und das dann nachher. Also im DM bin ich auf jeden Fall schon mal fündiger geworden. Aber wir haben immer noch nichts zum Frühstücken. Und unsere letzte Station war der Zara. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Jacke findet.